ja moin moin liebe sportsfreunde faust ist mein name und wir spielen wieder fragmented mit dem nexus und der würdern ist auch wieder zu uns gekommen nachdem er gestorben ist und ich habe die ganze zeit schon schaden genommen wegen der überhitzung wir sind ja hier noch in der wüste aber irgendwie bin ich nackig und nehme immer noch schaden also bringt nichts die klamotten auszuziehen der flex ist gerade falsch auch er sind das dafür die muslimt kein schaden oder krieg das bloß nicht mit was das denn ja wo es braucht die nuss die dicke da kommt level 63 ich bin gleich tot ich bin gleich tot eigentlich auch begreift die ganze zeit an der mich erreicht noch nicht mehr so oder ich bin wieso nimmst du nicht deine Schwungbindel das ist schlechter oder was ja wie er die dicke ist tot das ist ja noch einer ich bin auch tot ja wir sind beide tot jetzt stehe ich hier ganz alleine weißt du aber der dicker hat er immer wieder da ganz unten ja wo ist Fleisch und sie haben stück rausgeschnitten vom rohen Jack Jack Fell oder was war das er will dann bisher kommen wir doch ja mal in der Barball Fleisch aber auch da ist doch eh nix da oben also gut bei uns so wie sind jetzt hier unten kann der Nexus runterkommen statt die Runde ja okay warte ich darf mich hier umbringen warte mal Inventarfinieren wäre ich nicht ne ne gar nicht ey das ist eigentlich auch voll die gute Idee ne wenn man irgendwo farben will dann zack lässt sich umbringen bis wir jetzt zuhause ja komm dann bleib mal komm mal zurück würdern dann soll er sich jetzt umbringen lassen ja da vorne ist ja die kapsel die kannst du dann aussuchen auf der map ne unten dieser bunte kreis da Galloway ja und dann müsstest du ja jetzt hier gleich spawnen wenn er habe ich ausgewählt oder bis der würde ja da stehst du doch bitte wo ach da ach da ja so schnell geht er Leute so schnell geht er so gucken wir mal auf die Karte wir sind jetzt ja da sind wir jetzt ziemlich nah wie da draußen meine Karte ist verpackt irgendwie wo wohnen sie denn überhaupt dass der punkt dahinten das habe ich mich auch gerade gefragt weiß nicht an dem see ja das ist möglich dass das der punkt 1 da wohnen wir nicht wir wohnen da unten am see ja unten am see oben oben die punkte sind unsere todespunkte nein nicht da ganz oben rechts ist der rechts ist auch noch ein punkt rechts ist auch noch ein punkt wo seid ihr hallo ich lauf jetzt da hin wohin zu dem punkt ja zu unserer base das ist nicht unsere base das ist aber der see wo wir gebaut haben immer noch schaden wegen überheckzung obwohl wir gar nicht mehr in der wüste sind ja du bist halt zu heiß ne und ich bin nackig und es regnet ne bei mir regnet schon nicht mehr aber das passt zu deinem charakter ja ne ich bin so grad wie saue siehst du ich bin immer erschöpft ich bin immer erschöpft das wer 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 er kommt jetzt durch zwei stück er hat die aber ich habe auf jeden Fall Essen jetzt kannst du dich noch weiter nach hause ja bin ich jetzt auch ich bin fast zuhause ja ich glaube ich lass mich jetzt auch töten nochmal aber ich finde keine warum töten warum denn schon wieder töten dann bist du noch eher zuhause der spawnpunkt ist ja immer nur der ein und derselbe da gibt es ja nicht doch da gibt es verschiedene oh nein ich werde angegriffen ja lass dich doch sterben ich bin jetzt zuhause nein ich finde hier absolut keine Viecher nix sterben ist keine Option doch für mich ja ich bin bekannt fürs sterben ja gut wir haben da oben auf jeden Fall Gold gefunden in der Wüste das ist ja schon mal informativ ne ja stimmt dann brauchst du ja gleich sagst du ja was heißt gleich also ich brauche es jetzt nein Spaß ne ich will gucken ich wollte ja mal sowas mit Computer hier irgendwie machen wow ich werde schon wieder verfolgt hier Elektrode ja das Ding ist ich weiß gar nicht wo ach da hinten sehe ich unsere Face Show ist oh ich bin tot ja ach guck mal jetzt haben wir hier noch ein paar mehr Punkte die waren vorher auch schon da das haben wir doch gerade gesagt ja die habe ich eben nicht gesehen echt nicht die waren eben noch nicht da ok bei mir war nicht schon die ganze Zeit da jetzt bin ich glaube ich auch ziemlich nah an der Base hoffe ich jedenfalls wo ist denn hier die Elektrodenplatte ey und ist wieder zappenduster hier ey ach da ah da ist die Base ja ja genau ungelöschter Kalk brauche ich und eine Gold einmal Gold dann kann ich am Lagerfeuer Elektrodenplatte machen Silikon hatten wir ja schon Moing boah der Regen ey zum Glück hat der Maus gehört ja Gold dann könnte ich ja 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 Silikon bräuchte ich nur noch wir hatten irgendwo Silikon gemacht meine ich ne äh ja wenn denn in der linken Kiste ich kann mich ja wieder anziehen so warte mal willst du noch Gold haben ja gib her wenn du Gold hast äh 5 Stück dann haben wir 10 Gold dann könnte ich 10 ne 20 habe ich jetzt äh dann hast du 15 gehabt ja die 15 gehabt habe ich eins nicht gesehen ja macht ja nichts ja ich hatte nur 5 brauchen wir Gold noch für was anderes das wäre jetzt ach ne ich brauche noch ungelöschter Kalk wo ist der denn ungelöscht der äh das war doch irgendwie Wirlands Ding oder ja kann kann jeder herstellen ach so kann man herstellen hat hat einer 60 Eisen ich hatte bevor wir losgegangen sind ja ich hab 371 371 habe ich hier so für ungelöschten Kalt brauchen wir Kalkstein 3 Kalkstein dann bestellen wir in der Kiste warte mal äh Nüsse äh ich hab Nüsse 20 Stück okay ich hab nur 2 ich hab auch hier aber wir haben nur 30 wir haben nur 30 Eisen schade nein ich hab doch hier ich hab doch 371 Eisen hier ah ok soll ich es in der Kiste packen nö oder soll ich es dir geben kannst du auch hier hab ich hier hingeschmissen oh ja ne äh wieso nimmt er es nicht so jetzt ähm ich war am überlegen ob ich eine Eisenbasis baue soll ich das mal machen ja naja mach mal das ist genau das gleiche Ding wo wir draufstehen also bloß halt aus Eisen oder ich hab kein Problem wir müssten ja eigentlich die hier kann man die wieder abbauen ne oder irgendwie so oder ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr 18 Zement kann man noch Zement hätte ich doch ah hier guck mal bist du die gerade am zusammenbauen oder was naja ich komme hier gar nicht mehr aus der Hütte ah jetzt soll ich sie bauen ja aber ist das Haus jetzt hier weg oder ist das ein Back ich sehe es nämlich nicht mehr wir gehen aber weg da ja weg ich bin ah steht wieder da ja ich kann das nur bedingt versetzen ach so du kannst jetzt also nur so ein bisschen hin und her rücken ja ist ja dann doof ne na gut jetzt ist es halt so ja dann machst du das machst du das an die Foundation hier einfach ran oder so ich wollte gerade sagen wenn du das kannst dann würden wir einfach die Wände hier weg machen fertig ja genau ja das für eine Idee ne ja klar Demolition Holzwand oh my goodness aller ich hab voll die Ultralaxe jetzt äh unspielbar unspielbar ja bei deiner Kiste ok wo bist du überhaupt draußen äh wenn du rauskommst rechts daneben ey ich kann gar nix mehr machen richtig krank ok du stehst da einfach das ah jetzt jetzt kommt er wieder klar ja heftig 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 ja man muss ja bedenken immer noch äh ist das Spiel in einer Alpha und jetzt mittlerweile vielleicht 1,5 vier Monate halt oh äh ich konnte das ich konnte das nicht mehr wegziehen aber ist ja egal ob das so ingebaut ist oder ist doch egal ja klar äh bisschen hier äh jetzt ist sie wieder weg oder ja warte doch was macht der denn da ich konnte die gar nicht mehr versetzen aber ich meine rechner sind angegriffen komisch jetzt kann ich es auch nicht mehr umsetzen ja lass doch so es ist genau so wichtig gesetzt ey kommt mir fast größer vor aber es bestimmt nur weil die riesen gebäude hier nicht stehen ja wie reißt man jetzt diese scheiß wand an demolition yes die muss ja dann hier lang gebaut werden am besten wieso kann ich denn die wand nicht wegnehmen wie macht's denn das f dann kann ich auswählen holzwand move holzwand oder demolition holzwand oder vergessen die es gar nichts vielleicht weil ich der obermacker hier bin ja die dinger sind alle vom führer angebaut ja aber ich habe ja den dinge gemacht so an meiner eigenen wand die könnte ich auch weg machen vielleicht aber von euch beiden die wände nicht ist möglich ich weiß nicht ich habe ja habe ich gerade geguckt neben dem tor die rechte wand ist die habe ich gesetzt die kann ich auch entfernen ah ok jetzt gucke ich mal was ich denn noch an gebäuden bauen könnte bett zum ausruhen zum beispiel das sollten wir jetzt erst machen aber dafür brauche ich einen computer und einen gummi wir sind ja mehrere wir brauchen mehrere gummis nur der der hinten ist da werden wir eine schlange machen denn nur der der vorne ist nicht computer brauche ich eben wie gesagt hier elektronenplatten für und elektronenplatten da kann ich nur herstellen wenn ich dieses ungelöschter kalk habe achso wir brauchen also kalk sandstein keine ahnung ich habe hier immer noch 30 pratinus pot kann zum herstellen von zement verwendet werden ja pratinus pot können wir für zement nehmen davon habe ich auch noch 130 stück und bereits hier ist ein kalkstein wir haben noch 525 kalkstein hier drin achso wo ist denn das in der hinteren kiste die rechte da ist nirgendwo was mit 525 hier kann ich gleich naja ach da oben das habe ich schon rausgenommen jetzt leg ich es dir da in den mörser damit das dann sie ist ja ich habe es auch gerade gefunden gehabt aber du hast mir das weg genommen ja habe ich mit absicht gemacht weil du keine ahnung hast du ne ja hier so liegt jetzt im mörser hey die wand ist ja weg was es geht ja eigentlich können die jetzt bei uns hier rein wenn die hier die rampe hochgehen würden ja oh oh wie viel kalk brauchst du denn äh allerhöchstens 20 weil mehr als 20 gold habe ich eh nicht und damit kannst du dir einen computer bauen ja ja wo machst du denn hier den elektro shop das für ein elektro shop ja hier computer fachgeschäft ja mach ich doch ja muss ja irgendwo hinsetzen würde ich mal hier so ein hütte fortschlagen oder ja könnte man machen da gebe ich dir recht wie fühlen sich ja immer immer ist dem typen heiß ne soll ich auf 20 gemacht ja hab ich gesehen er hat bestimmt Fieber oder so craft craft ey bin ich schon aufgestiegen krass ich bin schon aufgestiegen ja doch 10 punkte zu vergehen juhu konnte einen aufbau machen jetzt habe ich nur noch einen punkt von 16 ne ja läuft krass ich muss nochmal ein level aufsteigen damit ich überhaupt große gebäude und so machen kann ja hab ich level 5 lagerfeuer ist wieder so laut ja es ist ja leid ich brauche ein lagerfeuer zum craft ja das ist ja kein problem ja ich mach dann auch mal eben äh ja holztor jetzt wäre es ja geil wenn wir das alles aus Eisen machen können ja aber das geht glaube ich ja dann nicht ja ey Essensschließfach könnte ich auch schon herstellen ach Steinbasis hätte es vorher auch noch gegeben hab ich vergessen ja ich hab gleich Eisenbasis gebaut mal mit betze und ausruhen wollen wir jetzt als nächstes ach basic forge kann ich bauen so computer einmal zweimal ach danach war es vorbei elektrische fischer draht davon habe ich noch welche davon hast du noch welche das ist gut weil dafür braucht Gold und äh Dingens Klebstoff 5 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 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 6 10 10 9 dead esteem 11 11 12 20 11 13 11 23 1500 12 12 natürlich völlig 14 4 das Ding ist, ich brauch jetzt ja noch Gummi. Uhah. Ja Gummi hab ich keine Ahnung. Ups. Äh, ne. Halbstein? Hätt ich. Ich guck gleich mal wegen Gummi. Muss am Automaten gehen. Ey, wo sollen sie fortstehen? Ja hier nimm mal eine von den Hütten hier. In den Hütten drin? Ja wieso denn nicht? Wo stehen die sonst hier rum? Ja klar. Äh, welche die mit Cluster? Ja. Nein, muss eigentlich auf der Auge sein. Guck mal. Cool, was wollen wir da machen? Ey, ein Brecheisen könnte ich zum Beispiel machen. Mit Pistole, da kannst du auch Silikon drinnen machen. Da kann ich auch Gummi drinnen machen. Wo willst du Gummi drinnen machen? Ja, in der Forge. Wo seid ihr denn? Wo siehst du denn da Gummi? Ach da. Ja, du siehst es vielleicht nicht, weil du es nicht... Ach so, ja, 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 ja. ... nicht im Gedingstatt hast, weißt du? Ja, Tierfett bräuchte ich dafür. Ach so, das muss ich da einfach reinlegen wahrscheinlich, ne? Warte mal, Tierfett hab ich zehn Stück. Ja, ich hab auch... Brauchst du? Kannst du denn da reinlegen am besten? Kannst du nicht das? Ich hab leider keins mehr. Ich geh aber mal auf die Jagd ein bisschen. Dann hol ich mal ein bisschen Tierfett. Ach, Anjara-Holz brauch ich auch noch. Aber gut, äh... Anjara-Holz haben wir in der Kiste, das hab ich gesehen. Ich würde mal A-Tanjara-Holz sagen. Ja, ging mir auch so beim ersten Mal. So, er wird schon wieder scharf geschossen. Jo, der Nexus ist auf der Jagd. Ein Scharfschützengewehr. Ach, ich bin tot. Ein Scharfschützengewehr halt, ne? So, Gummi. Äh, vier Betten. Drei Betten, sagst du willst, ja, ne? Ja, hatte ich ja gesagt, aber du kannst... Wir sind drei Leute, ja. Du kannst noch ein bisschen Gummi mehr machen, weil... Na, ich brauche auch noch ein bisschen Gummi. Ja, für eine Solo-Nummer oder was? Wie viele denn? Warte... Ich bräuchte an Gummi... Äh, zwei. Oh, der hört noch was vor, der Fall ist das schon so viel. Wie kann man das nochmal splitten? Mit Alt? Ja, mit Alt, ja. Boah, Kopfschuss. Vieh instant tot. Ja. Äh, ich wollte... 12 haben. Akzeptieren. Jetzt? Ja, 12 Stück komm ich. Gut, da liegen noch 5 Stück drin. Ja. Ja, kannst du ja drin lassen. Hast du noch Eisen übrig? Äh, ich hab das Eisen gar nicht... Irgendeiner von euch hätte das genommen. Oder das liegt vielleicht im Dings oder so. Im Motto und Peste. Oder ich guck gleich mal, vielleicht hab ich das auch doch, ey. Vielleicht lüge ich einfach. Du lügst wahrscheinlich einfach. Naja. So, da, Bett. Und davon soll ich echt 3 machen, sagt ihr? Das kostet... Ah, ich hab auch kein Eisen dafür. Ich kann erstmal nur eins... Ja, das muss ich... Kann erstmal nur eins machen, weil ich ja auch halt Eisen brauche. Vielleicht reicht ja auch eins. Vielleicht kann sich da jeder abwechselnd reinlegen oder so. Ey, wir haben noch 311 Eisen bei uns in der... Ja, das sagst du ja. Ja, blöder. Also reicht ja wohl. Ey, das hab ich doch gerade gesagt, die Affenkinder. Ja, wo ist denn das ganze, äh... Kalibrit hin? Achso, das soll ich verhauen. Wofür? Für die Plattform da hinten. Ich dachte, das hast du mit Eisen gebaut. Ja, aber die... Und die Forge auch. Alles braucht Kalibrit. Junge, Alter. Hast du überhaupt noch irgendwas Kalibrit-mäßiges oder faustest du? Nein, aber das klären wir dann in der nächsten Episode. Doch, hier. Bei Fragmented. Und immer... Und die Kanal links der anderen Vollpfosten, die sich hier gerade so streiten, als wenn sie ein Ehepaar, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und immer dran denken, wir sind heiß. Ja. Ciao.